Harry sagt guten Morgen. Heute am 27. Oktober 2020. Es ist genau 8 Uhr. Wir haben 24 Grad und wir haben richtig schöne Wellen. Sie sehen es, die Wassersportler warten auf die richtige Welle. Richtung Leuchtturm bestimmt 2 Meter hohe Wellen. Ja, wir haben Höchstwerte um 30 Grad heute zu erwarten und Tiefstwerte nachts 19 bis 20 Grad. Wir haben Wolken-Sonne im Mix im Moment. Die Sonne ist ja eben erst aufgegangen. Schauen Sie sich die schönen Wellen an. Schauen Sie sich die Sonne an. So, dann auch nochmal der Blick in die anderen Richtungen. So, mit diesen Aufnahmen verabschieden. So, dann fühle ich mich dann wieder und sage bis morgen. Hasta mañana.